Hilfreiches Schütz. Das muss doch eine Falle sein. Was soll schon schief gehen? Oh was, das war eine Falle? Wie soll das denn jetzt kommen sehen? Das geht jetzt aber zu leicht. Das ist nicht LeChuck. Du musst wieder schlauer sein. LeChuck ist ein grünlicher, schritter Typ. Ein Bart und einen großen Hint. Und die Falle ist für LeChuck, das erklärt das Malzbier. Warum sollt ihr ein LeChuck haben, wo ihr einen Geilbosch haben könnt? Ich bin etwas verwirrt darüber, wem ihr hier hintergeht. Untergeht. Hallo? Oh, die Trappe ist für LeChuck. Das erklärt die Rootbier. Dieser Clown will nicht wissen LeChuck's secrets. Aber ich denke, wir können ihn trotzdem schlauern. Oh, warte! Warte! Ich weiß viele LeChuck's secrets. Du kennst LeChuck's theme song, seine catchphrase, oder seine Lieblingsfühle? Ähm... Wie geht es um seine Lieblingsfühle? Ich kenne das. Alles zu gut. Nicht hilfreich. Oh, das geht nicht mehr. Wir wären nicht in dieser Hinten, wenn du ihn auf Melee zu lassen würdest. Nehmt dich mit mir, Leila. Erinnern, es war ich, die die reale Rechte auf dem Weg zu LeChuck in den ersten Platz. Das ist ein blankes Stück Papier. Es war ja klar, dass es nicht so leicht wird. Aber ich muss LeChucks persönliche Informationen haben, um die Sicherheit zu verbrechen. Als Teil des Spells, wir müssen seine Musik spielen, zu sagen, dass er seine Lieblingsfühle hat. die Code, das ist, ist, es... es... ich muss dir einen Timeout geben, ähm... Bitte kein, bitte keine, es ist, bitte keine Spoiler-Fluktion zu Monkey Island. Lass das einfach. Das ist einfach scheiße. Alter. Oder Alter. Keine Spoiler. Das müsste ich bannen, wenn du jetzt hier weiter Spoiler hast. Das ist echt eine Arschloch-Nummer. Das ist... Du kannst ihn einfach fragen. Ach, LeChuck ist zu stark, um direkt zu befinden. Diese Trappe sollte ihn aus dem Weg holen, damit wir die Informationen von ihm rauskennen können. Und jetzt sind wir aus Rootbeer. Na toll, das hat mir die Stimmung versaut. Ich spiele es viel. Vielleicht warte ich eine halbe Stunde? Oder... Ich spiele es in dich und es rauskriegt direkt weg. Bis zum nächsten Mal habe ich den Spoiler wieder vergessen. Wir könnten sein Schiff nach Informationen durchsuchen, während er weg ist. Wir könnten sein, wenn die Mannschaft nahe. Und er wurde ausgerüstet. Wir könnten sein Schiff nach informationen, während er ist weg. Wir haben das gedacht, aber die船 ist Enchanted, zu sein Unbordable. Nur Lechak und seine Crew können auf ihn kommen. Ich bin nicht sicher, dass ich eigentlich nicht wirklich geholfen bin. Ich meine, ich war auf dem Boden, aber niemand sagt den Worten, Sie sind geholfen. Du kannst auf den Schiff? Wahrscheinlich. Ich meine, definitiv. Ja. Fine. Hier ist das Problem. Du findest, was wir müssen wissen. Wir decadern die Map und wir split the secret. Das ist die einzige, und ich werde nicht wiederholfen. In oder aus. Ich accept. No way! Du hast mit Captain Madison gesamt? Sie waren zu double-cross mich, natürlich. Mein nur option war es zu tun, zu erst. Double-cross sie, bevor sie mich double-crossen. Triple-cross. Dad. Ich werde sie was sie brauchen, um die Spelle zu machen, und dann findest du ein Weg zu holen. Cool! Ah, ich... Erinnere mich, es ist seine Themesmusik, Katschphrase und Lieblings-Fühne. Wir sind mit dem großen Monk-Head, wenn du etwas brauchst. In der Wahrheit gibt es eine Sache. Der Chugs Geheimnis Captain Madison überbringen, der Chugs Titelmanutik finden, der Chugs Slogan in Erfahrung bringen, Chugs Lieblingsessen auch was für einen Weg finden, liegt Zug auf der Chugs Schiff zu schleichen, Captain Madison hinterher gehen, das Welt wie die Karte haben, das Gernis immer Geld finden und die Logikzeit nochmal durchleben, okay, in den Dschungel, den mächtigen Vulkan anstarren, dann zurück zum Schiff, jetzt nicht unbedingt, das ist ein weiteres Skull Oh, ein weiteres Skull Sorry about flattening you Oh, it's just a spooky Skull, I'll keep this for Halloween It's a Skull I found The rocks around here are treacherous I have to be careful not to stub my toe This really puts the wreck in shipwreck, my sympathies to the unlucky captain It says the Sea Monkey Hey, this is my old ship from Monkey Island 1 Wow, the Sea Monkey brought me adventure and fame I feel like this is a good omen Either that or this forgotten wreck of a ship discarded on the beach is highly symbolic Okay, this is the Sea Monkey Okay, this is the Sea Monkey The Sea Monkey In the Sea Monkey The Sea Monkey In the Sea of the Sea The Sea Monkey It's chocked over the years, but it's still says private property Ah, okay The Sea Monkey Marie, ist das noch ein Totenkopf? Entschuldigung über die Dinge, die ich zu dir gesagt habe. Oh, es ist nur ein ranzöser Skull. Ich behalte das für die Voodoo-Lady. Nur ein altes Skull. Uh, remind me again, when we get rid of Threepwood? You have the memory of a gnat with a concussion. Uh, I'm just looking forward to it, that's all. Once we find the secret, you can have him. Ha! They won't get the chance. As soon as the map is visible, I'm grabbing it and getting out of here. Hey, partners. Hey, partner. We're ready on our end. Have you learned LeChucks secrets yet? I'm worried LeChucks crew will recognize me at the ship. I had a disguise before, but it's gone now. You need to look like one of them. I know a good spell that can do that. I'll need a secret to build it on. Get me a physical object from one of the crew. Something they would keep hidden from the others. Okay. I'll see what I can come up with. Uh-huh. I think came us. You guys damit? What? What? Did you bring something secret from one of the crew? Remind me what you need to make a disguise? Get me a physical object from one of the crew. Something they would keep hidden from the others. Okay. I'll see what I can come up with. Das Hühnerfutter wird da wohl nicht... Das Ding... Irgendwo früh könnte jemand ja... Ein Taker? Außer wenn er es umgebracht hat und überrascht hat. Das ist nicht wirklich Lechucks. Madison hat es gemacht. Ah, ja. Dann müssen wir nochmal ein Boot und uns das nochmal finden. Wir müssen ein Geheimnis bringen um die Verkleidung zu halten. Und wo sollen wir ein Geheimnis herbringen? Das muss man sein, Lila. Oh! Das ist dein Geheimnis. Ich mag die Moral-Blocken. Wie war dein Geheimnis in Monkey Island? Dopp. Die Leute haben mich in die Kalken von Glopp gegeben. Aber ich werde meine Revenge auf alle. Besonders den mit dem Zombie-Mann auf Lichucks Crew. Ich wundere mich, ob diese Kalken-Blocken nichts zu tun hat. Die Armknochen. Ist der Connected mit dem Kopfknochen und der mit dem Beinknochen? Dopp. 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 Das müssen dir noch mehrere finden und deine Musik mit machen. Dopp. Dopp. Ich habe keine Musik benutzt. Ich verstehe. Aha. Da müssen wir spielen. Nein, ich muss die abholen. Oh, das wird schwierig. Okay, die Farbe bleibt. Das ist schon richtig. Okay, dann brauchen wir noch 3 weitere Totenköpfe. Und die müssen wir nur richtig sortieren. Was haben wir hier? Und damit könnten wir hier noch aninteragieren. Aber egal. Mal. Zu gehen in den Dschungel. Einmal die Aussicht genießen. Oh, der Start wird schon. Und ein weiterer Schädel. Wow. Tja. Das ist Gaze-Worthy. Das ist Gaze-Worthy. Das ist Gaze-Worthy. Gaze-Worthy. Okay. Zwei weitere Totenköpfe. Zwei weitere Totenköpfe. Das ist Gaze-Worthy. Gibt es hier nicht mal eine Abkürzung zum... ...schatzsteller? Das ist der Hermon hier noch sein... ...der Platz hatte. Okay, die Silmonkey. Gibt es hier noch eine Abkürzung. Oh, ich würde gerne die alte Mädchen gehen lassen. Es wäre ein großartiges Sommerprojekt. Oh, ich würde gerne die alte Mädchen gehen lassen. Es wäre ein großartiges Sommerprojekt. Ah, ja. So, wo kommen wir noch hin? Hier machen wir gerade schon. Hier machen wir noch eine Totenschädel. Hey, Partner. Hallo? Ah, ja. In dem Schild können wir nichts machen. Habt ihr etwas secretes von einer der Crew gebracht? Wie soll man da was finden? Gänseblümchen. Ich nehme diese für Alaine. Wie soll man da was finden? Gänseblümchen. Ich nehme diese für Alaine. Wie soll man da? Wie soll man da? Wie soll ich da? Wie soll ich da sein? Wie soll man da sein? Wie kommen wir jetzt auf Monkey Island weiter? Bis dahin habe ein wenigotiges... ...eine Idee jetzt ist los. So, gut. Bärenstoffe zurück. Wenn wir einen anderen Weg nehmen, Okay, der geht's aus. Ich wusste nicht, dass die Zonung für die Hausaufgabe war. Und ich fühle grundsätzlich verloren. Aha. Das heißt, wir hätten doch gar nichts. Es gab wirklich nur diesen einen Weg. Wenn wir einen anderen Weg gegangen wären, man musste hier lang. Es gab wirklich nur diesen einen Weg hier lang. Das ist beeindruckend. Ich habe mich fast wenig der Schatzsegel gefühlt. Und nun? Das ist ein wunderschöner Schatz. Und da fehlt uns aber nur noch einer. Das gesamte Schatzsegel ist ein bisschen eine fliegende Lebenskrisis. Oh. Letzte... Da fehlt immer das Boot für Totenkopf nicht ein. Das ist geil. Es ist eigentlich auch immer größer. Und wie soll das jetzt auswärmen? Ich muss irgendwie sehen, ob das Schiff kommen hier. Oh. Drowning down with just me thoughts. Hello again. Again? I don't know you. I'd remember an ugly mug like yours. Oh, my mistake. See you later. Oh, wait. Hold me joking. Hang about. Maybe you can give me a hand. I'm a bit stuck. Did I see you stuff a notebook into your shirt? There's nothing you need to know about. Go away. What's in the notebook? Is it a diary? Look, it's... It's poems, alright? Zombie pirate poems, but they're not finished. I've got some problems to work out with them still. Maybe I could help you with your poetry? I've dangled a metaphor or two in my day. Well, I am stuck in a few places. For instance... What are you doing with worms? Get here. Schmier. Malzbeer. Schmier. Oh, yeah. That could work. Alright, then. I also need an idea for something that grows. Magen, Rosen, Steine, Hohen, Schmatz, Kroll. I think that fits. How about a rhyme for black? Fuck. Fnatic. Fnatic. Yeah. I could go in there. I don't think I'd have come up with that on my own. Thanks a lot. I was a bit underwater there, but... I think it's like I got the first volume wrapped up now. Hey. What do you want? Now that they're finished, would you show me your poems? I suppose that'd be alright, seeing as how you contributed. In a small way. Let's keep it between us for now, though. Don't go showing these around. I wouldn't dream of it. Okay, we have his book. Gosh, Gullet. Your poems. The only possible word is... Wow. Oh. Uh... Thanks very much. No. No. Hey, partner. Sorry, we're scumored. Gullet was keeping this under wraps. Can you use it to make a disguise? No. 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 Ich hoffe ich nicht. Use the first poem to activate the disguise. And the last one to be yourself again. Fantastic, thanks. Keep us looped in on your progress. Yep, will do. Okay. Bye, partner. Slimy worms that Riley squirm. Ideas fill my head. The poems flow as maggots grow. Creatively und dead. Oha. That's enough for now. I don't want to waste all the magic power. My soul is black. I'm a brain fanatic. The stench is growing worse. I miss the me I used to be. Before the zombies curse. Interesting. That would be it if we had them already in the right direction. I have to fix it. I'm sorry. I have to fix it. I have to fix it. Of course we can eventually install them with the tone cleaner. Dooo. Maybe the pull to the tone cleaner. Dooo. 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 Okay, second. I will do that. Dooo. Dooo. Doreee Noe es fahr Doreee Ristmi Ich höre die ganze Zeit nur schön los Doreee Vah Sumerstein 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 So, dann spielen wir mal die Tonleiter. 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 Ich glaube, die beiden sind verschieden. Das ist falsch. Ich glaube, es war Tina. Nein! Ich will musizieren. Okay, das könnte klappen. Oh, kein Achievement. Ich habe es auch falsch gemacht. Das klang richtig. Okay, jetzt kommen wir zurück an Bord. Das ist doch die Erkenntnis, wenn du die hier bist. Ist das ein Mop-Tree? Ich wusste nicht, du bist auf einer Mop-Quest. Den müssen wir vernichten. Ich bin nur experimentiert. Das ist jetzt nicht wichtig. Niemand hat sich verletzt. Und ich glaube, ich weiß, wer. Okay, wir wollen hier hin zum Vulkanstrand. Mit dem Boot des Schiffes gehen. Das ist jetzt genug. Ich will nicht all die magische Kraft. Meine Seele ist schwarze. Ich bin ein brain-fanatiker. Und wiederum. Uh-uhh. Entschuldige B��kze, welche Erelly schwirren. Willkommen zu kommen? Willkommen zu dem Land. Fass mich ein favoror und schau dir diesen Ort, bis die Chuck und Iron Rose zurückkehren. Ich habe letztendlich die Sache, die ich auf der Arbeit habe, und ich möchte, zehn Minuten nachzudenken, um auf einer Flucht, wo keiner von euch finden kann. Da geht's. Es ist mir, Gullet. Warum hast du mir geglaubt? Weil du wissen, wenn du ihn verletzt hast, werde ich dich wiederholen. Da geht's. Jetzt sind wir an Bord. Chuck´s Geheimnis zu Captain Madison New bringen. Chuck´s Titelmelodie finden. Chuck´s Slogan in Erfahrung bringen. Chuck´s Lieblings Essen herausfinden. Okay. Das ist ein Kino beim Koch. Ein Slogan finden wir auch irgendwo. Ich sehe die Melodie. Weiß man endlich. Was 있는데 eigentlich das Bord. Ihr habt bestimmt eine Flucht. Ich sehe die dem Bord. Wie habe ich vom das Nic viruses gingen? Das war fun. Das war's Besatz. Pokemon. Man00ing 401 Samar um an列 attack firme von Untertitelung des ZDF, 2020